Solange wir bei den Renditen der US-Staatsanleihen keine Stabilisierung sehen, im 10-jährigen Bereich hatten wir heute Renditen von 4,73 Prozent, so lange wird es der Aktienmarkt schwer haben. Zumal nicht nur die Renditen steigen, sondern auch der US-Dollar, der für die Berichtssaison Gegenwind bedeutet. Wir haben die Mahnung von der Bank of America, dass in Anbetracht der steigenden Renditen auch das Risiko eines Liquidierungsereignisses an der Wall Street zugenommen hat. Außerdem werden am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten gemeldet. JP Morgan geht davon aus, dass die Daten etwas heißer ausfallen werden, als der Markt aktuell denkt. Genau das will man aktuell eigentlich nicht sehen und könnte den Druck auf die Renditen erhöhen. Solange wir keine Stabilisierung bei den Renditen der US-Staatsanleihen sehen, so lange wird es die Wall Street auf der Aktienseite schwer haben, zumal auch der US-Dollar weiter anzieht. Gegenwind für die Berichtssaison und die multinationalen Konzerne, die einen hohen Umsatzanteil im Ausland erzielen. Aber Hauptbremsfaktor sind die Renditen der US-Staatsanleihen, die im zehnjährigen Bereich heute Morgen zeitweise 4,73 Prozent erreicht haben. Man konnte am Montag schon sehen, worauf sich die Wall Street fokussiert. Denn der ISM-Einkaufsmanager-Index der Industrie, die Inflationskomponente, die sogenannte Prices-Paid-Komponente, die lag sogar deutlich unter den Erwartungen des Marktes. Also wie schon in der vergangenen Woche überwiegend Signale, dass die Inflation an Dynamik verliert. Warum war die Wall Street trotzdem schwächer? Warum sind die Renditen trotzdem gestiegen? Weil die Wachstumskomponenten des Indikators, sowohl die Gesamtrate wie auch die Arbeitsmarktkomponente, sehr stark ausfielen. Wir warten jetzt auf den US-Arbeitsmarktbericht für den September, der am Freitag gemeldet wird. Man rechnet mit 165.000 Stellen. JP Morgan sagt, es könnten 187.000 werden. Der Arbeitsmarktbericht könnte also ein bisschen heißer ausfallen als erwartet. Und genau das will man aktuell nicht sehen. Lieber weniger Wachstum und weniger Druck auf die Renditen der Staatsanleihen. Jetzt bleibt abzuwarten, wie der Bondmarkt auf die Arbeitsmarktdaten tatsächlich reagieren wird. Denn technisch ist der Anstieg bei den Renditen mittlerweile auch ziemlich überzogen. Aber wenn man Warnungen hat vom BlackRock, Larry Fink dort, der sagt, 5% Zinsen bei den 10-jährigen Renditen seien sehr wahrscheinlich. Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, der vor gut ein, zwei Wochen betont hat, vielleicht könnten wir nächstes Jahr sogar Zinsanhebung bis auf 7% sehen. Darauf sei der Markt nicht vorbereitet. Das untergräbt natürlich insgesamt die Stimmung am Markt. Und wir laufen in eine Phase der sich selbsterfüllenden Prophezeiungen. Denn wir haben ja im Prinzip seit letzter Nacht kaum wichtige Wirtschaftsdaten bekommen. An diesem Dienstag werden die JOLTS gemeldet. Die Anzahl der offenen Arbeitsstellen für den August, die wichtig sind für den Markt, keine Frage. Aber wir sind jetzt quasi in einem Zyklus der Angst, in dem im Prinzip die Renditen steigen, weil sie steigen. Und die Aktienkurse sinken, weil sie sinken. Und man hat dieses Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Wo geht die nächste Bombe hoch? Und tatsächlich konnte man zum Beispiel bei den Stromversorgern sehen, dass hier wohl Zwangsliquidierungen stattgefunden haben müssen. Gerade weil die Renditen eben auch sehr dynamisch schnell steigen, scheint hier der ein oder andere Investor auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Dann können Zwangsliquidierungen drohen, die eben quasi den vorherrschenden Trend auch noch stärken und potenzieren. Der Markt war am Montag schwächer, als die Indizes signalisiert haben. Das sah man zum Beispiel auch daran, dass der Russell 2000 neue Jahrestiefs hat. Sehr viele Unternehmen dort sind nicht profitabel. Die werden besonders schwer getroffen durch steigende Renditen. Der Russell 2000 liegt für dieses Jahr mittlerweile im Minus. Der S&P Equal Weight Index, der nicht marktgewichtet ist. Auch da gestern wesentlich größere Verluste als der Light Index selber, der sehr stark getragen wird durch die großen Megatech-Aktien. Es waren quasi vier Megatech-Aktien, die am Montag 56 Prozent des Anstiegs im Nasdaq ausgemacht haben. So und jetzt kommen natürlich die ganzen Vergleiche aus der Klamottenkiste, um Gottes Willen. Wir haben den 3. Oktober. Wir sehen Parallelen, so der Market Timing Report, mit dem Crashjahr 1987. Der Crash begann am 5. Oktober. Hier in blau dargestellt. Die gestrichelte Linie ist das Börsenjahr 2023. Die Korrelation zeige ausreichend Parallelen, so ein Market Timing Report. Wobei man gleich sagen muss, dass das Basisszenario von Market Timing nicht der Börsencrash 1987 ist, sondern man betont vielmehr, dass historisch betrachtet Ende September und erste Oktoberwoche die Bodenbildungsphase ist für dann die Jahresendrallye. Und man zeigt auch diesen Chart dazu. Hier sehen wir mal den S&P 500 und das sogenannte Fibonacci Retracement. 38,2 Prozent. Das liegt bei etwa 4.180 Punkten. Würde aber auch bedeuten, dass die 200-Tage-Linie, die bei 4.200 liegt, nach unten durchbrochen wird. Da sind wir noch nicht. Aber nochmal der Chart hier, Market Timing Report, ist also eher im Lager derjenigen, die sagen, dass eine Gegenbewegung überfällig ist. Ich finde es immer schwierig, einen Chart zu nehmen 1987. Man kann in Charts auch sehen, was man sehen möchte. Die Datenverlässlichkeit bei nur einem Chart ist immer eher schlecht. Man kann genauso gut das Gegenargument bringen. Hier mal der Chart von Goldman Sachs, die Jahre 1993 bis 2022 der S&P 500 in Schwarz dargestellt. Wie liefen diese Jahre im Schnitt? Und da ist auch die Korrelation zu diesem Jahr ausgesprochen hoch. Und das müsste tatsächlich bedeuten, dass wir jetzt im Oktober eigentlich eher einen Boden finden. Aber das hängt natürlich sehr stark ab von den Renditen der Staatsanleim. Man muss sagen, dass die Notenbank-Kommentare hier nicht wirklich helfen. Wir hatten Notenbänkerin Meesters, die sagt, naja, eine Zinsanhebung in diesem Jahr könnte noch bevorstehen. Wir haben einen Bericht in Reuters. Da heißt es auch, hier wird nochmal betont, zahlreiche Notenbänker, dass die Zinsen längere Zeit auf einem hohen Niveau bleiben werden. Eigentlich nichts Neues, aber das hören wir immer und immer wieder. Und gerade ist der Bondmarkt natürlich sensibel und hört das gar nicht so gerne. So, bei der EZB, der Chefvolkswirt Philip Lane sagt auch, Warnung, wir könnten eventuell doch nochmal mehr Arbeit leisten, um die Inflation einzufangen. Also vielleicht muss die EZB hier auch mehr machen. Aber, ich meine, wir haben so viele Inflationsindikate und die Nahrungsmittelpreise in Großbritannien jetzt das erste Mal seit zwei Jahren im Vergleich zum Vormonat rückläufig. Wir hatten die Verbraucherpreise in der Schweiz, die Kernrate unter den Erwartungen. Wir hatten den PCE-Inflationsindikator für den August in den USA überwiegend unter den Erwartungen. Aber das wird aktuell vollkommen ignoriert. Jetzt haben wir am Mittwoch noch die OPEC-Plus-Tagung. Da geht man übrigens davon aus, dass die Produktionszahlen beibehalten werden, obwohl der Ö-Preis schon deutlich gestiegen ist. Und damit kommen wir mal zu den Einzelmeldungen. Wir haben JP Morgan, die sich für Amazon stark machen. Die Aktie hat seit dem Hoch am 13. September 11 Prozent verloren. Das würde eine Einstiegsgelegenheit darstellen. Kursziel bei JP Morgan 180 Dollar. Die Bank of America äußert sich zu Apple. Da bleibt die Einstufung nur neutral mit einem Kursziel von 208 Dollar. Und ganz spannend finde ich vor allen Dingen die vielen Aussagen zu Tesla. Die gute Nachricht zuerst, JP Morgan hebt das Kursziel für Tesla an. Und jetzt die schlechte Nachricht, das Kursziel liegt über 100 Dollar unter dem aktuellen Niveau. 135 Dollar ist das neue Kursziel. Die Aktie wird immer noch mit Untergewichten eingestuft. Nach den enttäuschenden Auslieferungszahlen für das dritte Quartal. Und Bernstein auch hier die Aktie mit Verkaufen eingestuft. Kursziel 150 Dollar, 100 Dollar unter dem aktuellen Niveau. Und hier heißt es, die Gewinnschätzungen für das Fiskaljahr 2024 sind an der Wall Street vermutlich noch zu hoch. Und die Margen im Autosektor ex der Klimakredite werden im dritten Quartal wahrscheinlich enttäuschen. Also sehr viele unanheitlich bis negative Kommentare. Hewlett Packard, da berichtet das Anlegermagazin Barron's, hat Berkshire Hathaway mehr Aktien verkauft. Man hält immer noch 100,9 Millionen Aktien an dem Unternehmen, so das Anlegermagazin Barron's, im Wert von 2,6 Milliarden Dollar. Und wir haben zu Hewlett Packard heute auch Analystenkommentare von der Bank of America. Die Aktie wird von Verkaufen, damit lag man richtig, auf Kaufen aufgestuft. Das Kursziel steigt von 25 auf 33 Dollar. Man geht davon aus, dass der frei verfügbare Cashflow in diesem laufenden Fiskaljahr den Boden erreichen wird mit zunehmendem Wachstum im nächsten Jahr. Aufgrund letztendlich gesehen einer Erholung am PC-Markt. Micron steht heute auch mit im Fokus. Nächste Woche gibt es eine Reise von US-Senatoren nach China. Dort hofft man unter anderem auch Präsident Xi zu treffen. Und man will das Thema Micron und die Restriktionen diskutieren. Tja, ich bin gespannt, wie das läuft. Denn die Amerikaner haben ja nun auch fleißig Restriktionen auferlegt für den Verkauf amerikanischer Technologie nach China. So, ansonsten die IPOs in den letzten Wochen eher schlecht als recht. In einer wirklich, ja nicht wirklich idealen Börsenphase muss man sagen. Instacart ist gestern stark eingebrochen. Hier gab es Medienberichte, dass angeblich, das wurde nicht bestätigt, das muss man gleich dazu sagen, Angeblich gäbe es bei Goldman Sachs interne Analystenschätzungen, dass das Umsatzwachstum bei Instacart im zweiten Halbjahr weitaus niedriger ausfallen wird als im ersten Halbjahr. Man spricht von einstelligen Prozentsteigerungen. Im ersten Halbjahr lag das Wachstum noch bei über 30 Prozent. Die Information berichtet, dass Instacart eigentlich ein ganz guter Übernahmekandidat wäre für DoorDash oder für Uber. Und damit bat sich dann auch der nächste Börsengang an. Birkenstock, jawohl, will an die Wall Street gehen. Es heißt jetzt, der Zuteilungskurs wird zwischen 44 und 49 Dollar liegen. Damit liegt die Bewertung von Birkenstock bei etwa 9 Milliarden Dollar. Und in der kommenden Woche soll der Börsengang vollzogen werden. Schwieriges Timing, muss man sagen, bei den Stürmen an der Wall Street. Mit Good Luck an Birkenstock sozusagen. Ich wünsche auch allen Zuschauern hier einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.